Lehrkundpartner, Ihr Generalunternehmen von Winterthur. Heute mit dem Immotip. Wir befinden uns hier in der Gemeinde Otterbach im Rüstal. Und bei mir steht jetzt auch Frau Moser von der CSL Immobilien. Frau Moser, was entsteht da ganz genau? Auf dem Grundstück, wo wir uns befinden, wird zukünftig das Projekt Nidolino entstehen. Das sind insgesamt vier Gebäude mit acht Doppel-Einfamilienhauseinheiten mit jeweils sechs bis siebeneinhalb Zimmern in einem sehr familienfreundlichen Quartier. Was kann man denn sonst noch zu der Lage und der Gemeinde Otterbach sagen? Wie Sie schon erwähnt haben, Otterbach gehört zum Rüstal. Wir sind hier sehr ländlich und in Düllisch gelegen. Das Naherholungsgebiet befindet sich direkt vor den Haustüren. Trotzdem sind wir hier in Otterbach sehr gut erschlossen. Sie sind nämlich in der 20 Fahrminuten in der Stadt Zürich. Ebenfalls hat es Einkaufsmöglichkeiten, welche in G-Distanzen erreichbar sind. Momentan befindet sich das Grundstück noch an einer stark befahrenen Strasse, welche aber glücklicherweise wegen einer Umfahrungsstrasse entlastet wird und langfristige 30er Zonen erstellt wird. Was kann man denn noch zum Innenausbau genau sagen? Generell kann man sagen, dass wir einen sehr exklusiven Ausbau gewählt haben. Grosszügige Budgets sind soweit berechnet. Generell gilt aber auch, je früher man sich meldet, desto mehr Chancen hat man, sein eigenes Heim individuell mitzubestimmen. Angedankt sind Küchengeräte, Herzogkuchen mit einer High-End Ausstattung der Marke VZUG. Zusätzlich Blättchen, Badezimmer etc. können wir Ihren Wunsch entsprechend entstellen, sobald sie sich bei uns melden. Wie stehen wir beim zeitlichen Ablauf des Projekts? Generell die Vermarktung hat jetzt ganz frisch gestartet. Wie man sieht, sind noch einige Gebäude auf dem Areal drauf. Die werden demnächst aber abgerissen, sodass wir dann mit dem Bauvollendung starten können. Jetzt hat man Interesse, wo meldet man sich da am besten? Sehr gerne können Sie sich direkt bei uns bei der CSL Immobilien AG melden. Wir beraten Sie sehr gerne an einem individuellen und unverbindlichen Termin. Wir haben ein Modell vor Ort, wo wir Ihnen die Einheiten etwas näher bringen können. Zusätzliche Informationen würden wir Ihnen auch noch aushändigen. In Ottenbach sind vier Gebäude mit acht, doppelt eine meiner Hauseinheiten, mit jeweils 6 bis 7,5 Zimmer geplant. Die Gemeinde Ottenbach liegt im Rüstal auf ländlichem Gebiet und bietet auch ein Naherholungsgebiet vor den Haustüren. Ebenfalls bietet die Gemeinde Ottenbach Einkaufsmöglichkeiten, die man in G-Distanz tätigen kann. Doppel eine meiner Auseinheiten werden mit einem exklusiven Ausbau erstellt. Je früher Sie sich melden, desto mehr können Sie auch mitbestimmen. Bestimmen Sie individuell selber über den Ausbau und kommen Sie so zu Ihrer Traumwohnung. Weitere spannende Wohnprojekte finden Sie unter www.lerchpartner.ch www.lerchpartner.ch Wir arbeiten darum für Ihre persönliche Entfaltung. www.lerchpartner.ch 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 www.lerchpartner.ch